hallo und willkommen zu einem neuen goldupdate ja beim goldchart geht es nach wie vor bergauf ist auch im rahmen dieser aktuellen prognose wir haben nun mal einen aufwärtstrend der ist auch bis jetzt nicht gebrochen ich würde auch davor warnen bärisch zu werden solange wir nicht unterstützungszonen brechen also bis jetzt hält der markt relevante unterstützungen und er spielt jetzt so diese erwartung erstmal aus dass es auch weiter nach oben gehen soll das ist ja auch schon jetzt länger die sichtweise dass dieses jahr ebenso das jahr der edelmetalle wird und das spielt sich aktuell schön aus fangen wir auf dem tageschart an die idee ist dass wir hier auf dem goldchart in einer endenden diagonal bewegung uns befinden also wir haben hier begonnen mit der welle 5 die soll hier oben irgendwo enden vielleicht in richtung 2800 dollar vielleicht sogar wenn wir eine wirkliche extension bekommen schließlich extendieren welle 5 strukturen in den commodities ja auch gerade bei den edelmetallen sehr gerne also weitere extension durchaus möglich darf man nicht aus acht lassen vielleicht sogar über 3000 das will ich aber aktuell gar nicht so promoten ich würde mich da eher konservativ aufstellen wollen also wird erstmal schauen ob überhaupt an die 2800 dollar kommen diese struktur kann den eindruck vermitteln dass wir es hier mit einer korrektur zu tun haben denn wir befinden uns nun mal in einer endenden diagonal struktur und wenn man jetzt nun mal alleine ohne den kontext zu betrachten von den strukturen ausgeht und sich wirklich nur die unterstrukturen anschaut könnte man davon ausgehen dass wir es hier mit einer korrektur wie gesagt zu tun haben und da gehe ich nicht von aus sondern ich gehe davon aus dass sie ist eine endende diagonal struktur und muss auch jetzt nichts an dieser struktur ändern denn die hat sich soweit erst mal ausgespielt jetzt ist so was ist so eine endende diagonale naja es ist eine fünfteilige struktur soll sich ausspielen als welle 1 2 3 4 5 und wir haben eben hier eine 1 2 ausgespielt das war hier im oktober 23 war das welle 2 tief und die welle 3 nach oben die läuft jetzt und da haben wir zwei szenarien die sich ausspielen können die sind aber erstmal beide bullish würde meine meinung nur ändern müssen über diesen chart wenn wir unter die 1.944 dollar brechen dann wäre für mich der trend der würde kippen ja das ist immer so die sache wann kippt der trend für mich bei den 1.944 dann würde ich sagen okay warnung vermutlich war das hier eine hohe b welle oder sowas halte ich aber aktuell nicht für sehr wahrscheinlich weil es einfach irgendwie schäpp aussehen würde ja das passt nicht so ganz ins bild dann wäre das irgendwie eine a welle nach unten gewesen das hier eine hohe b und erkennen wir nochmal runter in der c aber würde dann ja auch gar nicht so weit runter kommen müssen weil eine überschießende b die ja also so eine c welle und eine a haben ja oft die gleiche länge und wenn die b überschießt dann kannst du eine running flat struktur geben wo dann die c oberhalb der a endet das ist aber jetzt nicht unbedingt das thema in dem fall wäre halt die welle 4 noch am laufen bin ich aber jetzt aktuell nicht so sehe ich keine anzeichen keine beweise es geht ja immer darum ich kann nur das analysieren was ich sehe und wir sehen einen aufwärtstrend und es die idee einer endenden diagonale passt einfach ins bild so dann haben wir jetzt wie gesagt die dritte welle läuft jetzt die wäre ja dann laut dieser struktur die sich da moment dieser struktur die sich da entfaltet ja eine abc struktur haben wir auch gesehen die a welle dreiteilig die b welle die war ein bisschen hässlich aber auch korrektiv natürlich und die c welle die läuft jetzt die könnte sich entfalten als impuls oder sogar als endende diagonale selbst da haben wir schon gesehen dass sich hier eine welle 1 entfaltet hat eine 2 eine 3 4 und die 5 käme dann jetzt noch und das ist so lange valide beziehungsweise wahrscheinlich solange wir die 2259 dollar halten kann er noch eine bewegung nach oben machen diese welle 3 sollte eigentlich noch nicht fertig sein dies noch ein bisschen kurz jetzt kann man aber sagen okay das ist jetzt so die primäre zählung dann würden wir nämlich hier in der orangefarbenen unterstützung wenden aber es sieht auch in dieser zählung so aus als ob wir noch ein tief bekommen könnten denn das wäre eine a b c in der vier und die könnte noch ein tief bekommen diese c welle eine kleine bären flagge hat auf den widerstand reagiert und dann ist die nächste unterstützung bei 2295 mal sehen aber von da dann eben die fünf nach oben macht oder wenn wir allerdings jetzt unter die 2259 brechen dann müsste ich davon ausgehen dass sich hier diese gelbe struktur entfaltet die ist eigentlich ist es die gleiche annahme würde einen größeren pullback zufolge haben aber wäre im endeffekt bullischer denn diese dritte welle die jetzt hier als abc fertiggestellt werden soll mit vermutlich noch einem hoch die würde sich dann gar nicht so direkt als abc entfalten sondern als also als große abc das heißt das hier was sich entfaltet hat seit dem oktober tief als abc wäre halt eine große a dann kriegen wir eine große b und dann eine große c und das wäre halt im endeffekt bullischer weil danach kommt halt erst noch die vier und die fünf okay und so könnten wir halt diese größere fünfte welle nach oben extendieren also dann wenn er halt unter die obere unterstützung bricht dann würden wir eben in diese untere unterstützungszone kommen zwischen 1.944 dollar und 2189 und da muss man mal schauen ob er dann da eben eine wende zeigt aktuell sehe ich noch keine impulsive wende nach oben ich habe gesagt auch in dem oberen unterstützungsbereich kann es noch ein weiteres tief geben es geht darum zu verstehen wann haben wir eine erste impulsive reaktion sehe ich jetzt noch nicht kann noch weiter nach unten gehen sollte aber begrenzt werden durch diese beiden unterstützungszonen ich hoffe euch hat das video gefallen zu gold wenn ihr so ist bitte ein like da lassen abo und einen kommentar und einen schönen tag bis dann tschau tschau